Moin moin, Alter, ich bin alt geworden, Alter, die... Ach, jetzt werde ich mein Wort, also ich kann's auch reden. Red! Du hast erst einen November-Geburtstag, dann wirst du erst alt, von daher... Nee, es ist ja wohl schon wieder 30 Wochen vergangen, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Grüß! Nur so wenig? Ich dachte, das wär mehr gewesen. Ich halte euch gleich wieder zu. Oh, was war's denn da? Oh. Das war schnell tot. Das war ja langweilig, hatte man den Geilzuhl in der Champion-Truppe. Toll, hängt das wohl mit Verbindung zu, Mann, sehr langweilig. Oh, ich hab' ja noch ein Schild für euch. Das ist noch langweiliger. Ich hab' jetzt große Fressen, die da die Skulptur überlegen, ich hab' gerade... Ja, ich sag' dazu nur... Ich dachte, das ist eine Stufe, Hörstein. Oh, ich hab' ne... Ich hab' ne neue Waffe, ich muss stärker! Ja, dank Gott, tot! Ich seh' nicht mal Viecher aktuell! Ich will auch welche! Jetzt müssen wir ja selber campen. Oh, Manu. Ich hatte gar nichts von der Verbindung. Oh, ich muss 1,60 werden, ey. Mann. Wo ist denn noch? Schwarz. Wenn du Licht ausmachst und in der Wand ein Loch rein brauchst, ist es auch schwarz. Ich wär' mir jetzt noch ein paar andere Sachen eingefallen, aber die Wand ist... Ja, du könntest das Loch beleuchten, dann wär's nicht mehr schwarz. Dann wär's ein schwarzes beleuchten, dieses Loch. Und was ist, wenn die Wand dahinter nicht schwarz, sondern ein grau ist? Dann ist es ein graues Loch. Boah! Ich glaub, dass es nur deswegen ein schwarzer ist, wenn es kein Licht ist, wenn es wieder frei ist. Mann, die ich auf dem Weg ist, wenn ich mich w positivo bin, würde ich mich jetzt auch nicht verletzen. Also, ich kann mich einfach mal einsam hier wieder rein, was wir doch noch wollen. ja ich muss sogar diablo leiser machen weil ich habe euch kaum noch verstanden über den spiel sound dafür habe ich mir einen keklau geleistet das wäre schön so ein joker ich glaube den loxus haben wir nicht so wie in der doom 3 challenge die ich mal probiert habe da meinte ich auch so ach komm hier lass mal doom 3 auf ganz schwer spielen und ich darf nur einmal sterben bin dann ohne dass wir in der nähe waren irgendein map ding verreckt und dachte mir so ich bin ja echt weit gekommen dann habe ich es ja eben schnell auf drei erhöht enten hust du kannst uns ja folgen folge uns auf twitter und facebook und wo man sich so folgen kann auf 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 welcher typ da hinten kommt ganz gut alleine klar ja ja hab ich gerade gesehen weg und dort hat es eben mal gerade ausgepackt da war es nicht nur geröstet da war es weggeröstet wenigstens haben wir jetzt was zum grillen das ist noch gut das kann man noch essen ja das ist noch gut das kann man noch essen wir sind gruppe markt man wird schon an die was du gehst oder was so klein hast gerade viel spaß ich bin da mal weg ich bin ja ob wir hier stehen bleiben elementar ist das klo wo ich reingeschissen hab grad lecker 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 ist das deine rüstung die den vierchen in der umgebung blitzschaden zufügt oder oder sowas und ein und ein und ein und ein und ein da und ein ich bin stückend und ich bin dort ist es tschüss tschüss rufakt st das war eine stufe höher stellen haben sie gesagt aber auch zunächst eben ich kann mir sowieso gerade nicht weg ich hänge die ganzen fieschern fest tschüss ich bin dort ich bin dort ich bin wirklich dort ich bin wirklich dort ich bin wirklich dort auch mein gott nein doch nicht gerade in dem moment das level up ja ursicht verheiß osmar oh nein explosion Nein 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 Scheiße tschüss tschüss oh fuck 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 oh Gott oh Oh du wärs cool Oh nein Ich war gerade eben noch full live selber bei der Scheiß-Arkanen strahlen ob ich das an der Verbindung ich denke dass ein Mikro irgendwie den Geist aufgeben wird meine Verbindung ist gut ich habe ein Ping von 38 ich kann nicht weg ich habe mich über die andere Elite Truppe da vom Arsch gehalten also mein Ping in Diablos auf jeden Fall okay und laut Outer City ist mein Mikrofon jetzt auch nicht irgendwie dass der Pegel kaputt wäre ja aber irgendwas ist mit deinem Mikro nicht richtig kann auch sein dass Skype mal wieder rumspinnt das kannst du auch ganz gut und ihm war es nicht richtig hahahaha ich habe heute meinen guten Tag warum hast du irgendjemanden umgebracht noch nicht aber ich habe die Planung vorausgetrieben manche voran ne vorausgetrieben in dem Fall ich habe sie vorbereitet langsam so lass mal durchgucken ich verlaue euch Flügel hm also ich kann nichts ungewöhnliches feststellen bei mir ich kann nichts aber ich kann nichts was es ist es ist es ist wollten wir nicht kopfgelder noch irgendwann mal machen der advokaten das advokaten dann tötet die tötet sie die advokaten so wer von euch kann mir jetzt beantworten was ein advokat ist wieder Das kann ich auch noch nicht wissen. Das ist mit Seed gefährdet heute. Ich komme mal zu dir runter. Oh nein, ein Champion und eine Elite-Truppe auf einem Haufen. Das ist ungesund. Wann für wen? Hm? Was? Wann für wen? Für mich wahrscheinlich. Für mich ist es wahrscheinlich ziemlich ungesund, weil die auch noch Agatha sauber sind. Das ist die Kunst des Überlebens. Im Hardcore. Überleben kann ich nicht. Ich bin der Erste, der stirbt. Ich bin nicht mehr der Quoten-Schwarze. Der Mensch ist aber nicht schwarz. Ich weiß, den Gabs dann ja nicht in schwarz. Farbe war ausverkauft. War zu teuer. Das sind die Ziele zukommen für 13,19. Mit dem Totenbeschwörer zusammen. Hier gibt es dann auch ein schwarz danach. Hardcore Reset nur gegen Geld. Wenn du Geld investierst, kriegst du auch deinen Hardcore RK, der wird zurückgesetzt. Das ist ja der ganze Sinn vom Hardcore RK, das ist ja doof. Das war jetzt eigentlich mehr so, auf die Anspielung mit genug Geld kriegst du alles. Ich glaube nicht, dass Blizzard sich auf das Niveau von der Gameforsch verlässt. Das heißt, wenn es zu spät ist. Sehr schöne Karte. Nice Karte. Oh, Sackgasse. Oh, Sackgasse. Niemals. Das ist das geringste Übel. Das andere, was die da machen, ist nerviger. Hast du einen Chill-Turm? Okay, ich schille die. Jetzt kann ich mich eigentlich wieder in gefährliche Situation begeben. Wenn ein Chill-Turm aktiv ist, ja. So weit er weg ist, habe ich ein Problem. Deshalb wird sich vergessen, dass der auch noch auf 10 ist. Ich habe die gar nicht angegriffen. Aber diese Lügen-Bolzen hier, Alter. Das ist die Ratte, oh nein. Oh Gott, das ist gerade... Mit Schild geht doch. Ja, aber das Schild hält nicht mehr so lange. Ja, aber das Schild ist nicht mehr so lange. Ja, aber das Schild ist nicht mehr so lange. Ja, aber das Schild ist nicht mehr so lange. Ich habe keinen Arcon, frei. Ich kann auch nicht, ich habe hier noch eine Elite-Turm, kurz. So, Schild ist jetzt weg und jetzt habe ich ein Problem. Oh, okay. Aua, Aua, Aua. Ratten, 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 Ratten. Wie ich nur Ratten, auch Fais. Ah, Scheiße. Hilfe. Ich komme, euer Held kommt. Wird euch umbringen. Aber jetzt komme ich da nicht mehr rein, so ne Scheiße. Und klaut den Kill. Ich glaube bei dem Rattenmann sollte es ihm egal sein, wer den Kill hat. Hauptsache das Ding ist rot. Tja, das ging aber gut. Gerade so. Oh, Lord Zephren, äh, nicht Lord Zephren. Der Retanol, Zephren, der, keine Ahnung, der Dämonieger. Zephren, der Größenwahnsinnige wohl eher. Ja. Na, na. Na, du doch nicht. Niemals. Gibt man los auf das schmale Brett. Kein bisschen. Größenwahnsinn. Nee. Wir wissen mal, was ist das? Das kenne ich nicht. Ihr könnt ruhig zumachen. War das noch der Letzte? Macht das Ding nicht so? Ich bin ja noch nicht raus, insofern bin ich nicht der Letzte. Außerhalb habe ich nie gesagt, dass der Letzte es zumacht. Ich habe nur das eine Mal gesagt, der Letzte kann es dann zumachen. Und das mal ein andere Mal und das mal und das andere Mal und das eine eine Mal da. Ich darf habe hier auch. Hier auch was Legendäres. Du hast letztes Mal genug gedroppt. Reicht erst mal. Tja, Blu, gib mir legendäre Sachen. Blizzard, ich rufe dich. Ich gehe mit Kopfgelder machen. Tschüss. Und erst mal meinen Rechner wegbäschen. Was denn? So, Imo kann mit mir kommen. Mario, du solltest alleine klarkommen. Wieso muss ich jetzt alleine? Weil du stärker bist als wir beide. Nee. Das behauptet ihr nur. Oh, wieso kann ich das nicht austauschen? Erhöht den Schaden vom Gewitterfront würde ich gerne wechseln, aber es wird mir nicht aufgelistet. Ist doch gemein. Weil der Stab extra ein Gewitterfront-Stab ist. Wenn du mal gelesen hast, was der da unten erhöht. Oh ja, der Silberne, äh, der Göln-Silberne, genau. Der Dings-Effekt, ja gut. Ach, so ein Kack. Ist du jetzt mal? Ja, ja, bin da. Huch. Ja. Die Götter handeln durch mich. Monster, die sterben. Ruhu. Garbatsnache. Da hast du schon gearbeitet. Quatsch nicht so viel Statue-Aufgabe. Niemals! Du musst erst alles anhören, was wir zu erzählen haben. Ich bin so schnell, ich bin wundert, dass ich da keine Chance habe.